Willkommen zurück hier zur Auflösung der Challenge, der dieswöchigen Challenge. Zuerst muss ich sagen, ich habe sie nicht bestanden. Ich bin zum Anfang der Woche krank geworden und habe dann die Gesundheit dem Frauen ansprechen vorgezogen. Ist aber nicht weiter wild, denn ich habe diese Challenge bereits keine Ahnung wie oft gemacht. Gerade in der Anfangszeit, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bin ich halt für fast ein halbes Jahr wirklich regelmäßig jeden Tag raus gewesen. Ich habe fünf Frauen angesprochen. Also ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich sie jetzt nicht mitgemacht habe, denn ich habe sie einfach schon eine Million Mal gemacht und ich weiß, was diese Challenge bedeutet. Ich weiß, wie cool es ist, wenn man über einen regelmäßigen Zeitraum von in unserem Fall eine Woche wirklich regelmäßig so viele Frauen anspricht, was dabei für Erfahrungen rumkommen, was auch für Nummern und Treffen dabei rumkommen. Und deswegen freue ich mich sehr zu erfahren, wer von euch denn die Herausforderung gepackt hat. Es haben sich wieder einige gemeldet. Einige haben mir auch gesagt, dass sie finden, dass diese Herausforderung schon echt schwierig ist, dass es wirklich eine Herausforderung für sie wird. Aber so soll es ja auch sein. Deswegen bin ich jetzt super gespannt hier in dem Auflösungsvideo. Schreib mir in die Kommentare. Hast du es geschafft? Hast du es nicht geschafft? Wie war deine Erfahrung? Wirst du es in Zukunft weitermachen? Hast du vielleicht irgendwelche Fragen dazu, die wir zusammen klären sollten? Schreib mir in die Kommentare, wie deine Herausforderungswoche war. Und dann melde ich mich wieder zum Thema Herausforderung, wenn dann die nächste Herausforderung ansteht. Schreib es in die Kommentare. Bin gespannt, wie deine Woche war. Ich glaube, dass die meisten das sehr gut gepackt haben, auch wenn es eine Herausforderung war. Und dann freue ich mich, dass wieder so viele Leute mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr seid auch alle beim nächsten Mal dabei. Bin gespannt auf eure Kommentare. Und wir diskutieren dann gleich in der Kommentarsektion weiter. Bin gespannt, ob du es geschafft hast.